Tom Dietrich ist ein Ex-Schüler aus dem LGE. Er schafft nur die Bereiche von europäischen Institutionen. Er hat dem Kenner erklärt, wie wird eine Formation bei uns in der Schule geholt. Also das Programm, das wir stehen haben, ist Back to School. Und das besteht darin, dass die Leute bei den europäischen Institutionen schaffen. Und diese Schulen zurückgehen, wo sie mal ein paar Schüler waren. Und darüber erzählen, woran es hier alles besteht, was Europa genäht, wie das funktioniert. Also sind die zwei Hauptthemen, die ich aufdenke. Die verschiedenen europäischen Institutionen sind so ein vielfältiges Spektrum von Leuten, die da gebraucht sind, dass es ein egales, was er studiert hat. Es kann Forscher gebraucht, es kann Wissenschaftler gebraucht, natürlich auch Juristen und Ökonomen. Es kann Übersetzer gebraucht, es kann Interpreter gebraucht, es kann Informatiker gebraucht. Er kann durchaus ganz unterschiedliche Sachen machen im Laufe seiner Karriere. Es kann von zwei Echelons, auf denen er kann angestellt werden, wenn er ein Premiersdiplom hat. Dann kann er ihn als sogenannten Assistenten schaffen. Der Tisch hat sich nicht eben ausfeierend zu arbeiten. Und das andere, dass man mit dem Unisdiplom, da kann er dann jeden oder anderen Bereich, wo er Spezialist dran ist, auch sein. Wobei ich noch muss sagen, zum Beispiel an der Europäischen Kommission, also der Wunsch, dass er ein paar Jahre, ich sag mal 1,5 bis 6 Jahre, seinen Erbungsplatz wieselt. Das kann er durchaus ganz unterschiedliche Sachen machen im Laufe seiner Karriere. Also, dass er nicht von bis und enden von seinem Erbungsliebe sozusagen so ein Condamniert für, dass sich mit Fischmuss zu beschäftigen, zum Beispiel. Also, das tue ich, dass er ganz interessanter ist. Wie gesagt, es schafft ihm leider 26 verschiedene Länder zusammen. Das ist ganz international. So viel fällt es, dass, wie gesagt, egal was er von Interessen hört, kann ihn doch sehr gleich fahren. Die Kondition, wie du geholt zu gehen hast, natürlich muss er einen Konkurr packen. Es gibt Konkurren, die regelmäßig ausgeschrieben gehen. Und er muss in Stammeln und dann geht er durch verschiedene Etappen. Aber wenn er schon so ist, dass er sich durch die Konditionen durchkommt, dann geht er gar nicht. Es gibt auch Möglichkeiten für den Vertrag, also kontraktuell zu sein. Das ist dann noch in einem bestimmten Zweifel von Jahren gebunden. Natürlich wäre 3, 5, 10 Jahre, dass er nicht zu Beamten. Das ist die zweite Möglichkeit.